herzlich willkommen zurück zu cyberpunk 2077 wir sind jetzt hier am hafen ich habe mich gerade gefragt ob man hier auf das schiff können könnten sollte oder kann aber scheint wohl nicht der fall zu sein also vielleicht mit double jump aber auf jeden fall sind ja hier bei diesem auftrag unentdeckt wer weiß dass ihr auf dich wartet es ist nicht me eines meeres das metal all of it was habe ich getan zu verdienen zu fangen zu hinzu es ist es sollte ich ich warum ich etwas es ist nichts aber ich fühle mich calm down was er ist ihr implants sind half done Ja, es geht mir. Ja, es geht mir. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Wie ist dein Bruder? Er ist noch mit ihm? Ja, ich war erst. Dann, sie war zu entscheiden, wie... wie zu modify ihn. Nein, das mache ich nicht. Ich bin klar, helfe dem Tüben. Da halte ich mich lieber raus. Ich bringe mich zurück. Ach, Chrom-sucking psychos. Es wird nicht einfach sein. Maelstrom never geht. Die easy route. Die fucking Clowns. Help us, please. But without any bloodshed, I beg you. I'll see what I can do. Either way, your brother is getting out. I do not know how to thank you. They're keeping him in a shop just north of here. You shall find it next to the road along the docks. Okay. Rettet den Mönch. Sacrum Profanum. Ja, der sieht gar nicht gut aus. Buddhismus und Cyberware. Eine andere Sichtweise. Lass mal sehen. Denn meistens von uns erscheinen die Regeln des Buddhismus gelinde. Gesagter Rätselhaft. Wie erklärt man einem Durchschnittsbürger von Night City, warum Bikku, wie sie sich weigern, kybernetische Technologien in ihre Körper zu implementieren? Es ist nicht so einfach. Es ist nicht so, dass wir uns weigern. Jeder Mensch hat das Recht zu entscheiden, was er mit seinem Körper tun möchte, solange Tierseitscheidungen anderen nicht schaden. Allerdings halten sich Bikku an strengere Regeln, wie den Verzicht auf Cyberware, um Erleuchtung zu erreichen. Aber wie erklären sie das? Inwiefern beeinträchtigt die Kybernetik ihren Pfad der Erleuchtung? Nun. Es sind mehrere Dinge, aber vor allem ihr... Was? Fager? Fager? Ihr Fager-ungewisser Zustand. Anders kann ich es nicht in Worte fassen. Fragen sie sich selbst. Was ist ein Implantat? Ist es ein Teil ihres Körpers? Ein unpersönliches Objekt? Sie fragen mich? Hm. Schätze, es kommt darauf an. Ganz genau. Bikku beschränken ihren Besitz auf eine Kutte, einen Schirm und eine Schale für Almosen. Alles andere ist nur Ablenkung, die sie oder ihn an der Loslösung vom Leid der Welt hindert. Sagen wir zum Beispiel, dass eine synthetische Hand nur eben das ist. Eine Hand, Teil ihres Körpers. Doch was, wenn in ihr eine Uhr installiert ist oder eine Klinge? Ich glaube, jetzt verstehe ich. Man kann also keine klare Linie ziehen. Besitz, besonders der Art persönlicher, wirkt ablenkend und vernebelt den Verstand. Wodurch diese der Erreichung wahren inneren Friedens entrissen wird. Ich denke, das Phänomen der Cyberpsychose ist dafür Beweis genug. Interessant. Dein Gott, dein Kiroshi. Die katholische Kirche hat sich offiziell nie zu Implantaten geäussert. Aber gemessen an der Verbreitung von verschiedensten Körpermodifikationen unter dem Klerus ist es wahrscheinlich, dass, ebenso wie in anderen christlichen Glaubensgemeinschaften, Implantate in den Augen der Kirche voll und ganz akzeptabel sind. Die Mormonen vertreten eine andere Sicht. Laut ihren Überzeugungen darf sich kein gläubiger Mormonimplantate zur Körpermodifikation einsetzen lassen. Weder aus ästhetischen, noch aus praktischen Gründen. Eine Ausnahme wird einzig und allein für lebensnotwendige oder andere weitig gesundheitlich erforderliche Cyberware gemacht. Im Islam sprechen viele Islams sich zwar regelmässig gegen die Benutzung von Cyberware aus, aber offiziell sind Körpermodifikationen nicht verboten. Das Judentum hat keine Vorschriften gegen Implantate, mit der Ausnahme von chassidischen Gemeinschaften, in denen der jeweilige Zodik über das Thema entscheidet. Gut, davon habe ich jetzt ein bisschen zu wenig Ahnung, was das alles zu bedeuten hat. Ähm, ja, interessant, wo wir hier glanzend sind. Einen Markt unter den Schienen. Hier oben kann man irgendwas kaufen. Hey, du bist ein bisschen im Gebäude drin. Okay, ich glaub dir das einfach mal. Gesundheitsbooster. Nö, brauch ich nicht, aber danke. Da Granaten und die anderen Dinge ja jetzt, wie unendlich sind, die sind die Dinge eigentlich am besten sinnlos, finde ich. Also, vom Herstellen und Verkaufen. Okay, das soll ich nicht sein. Weil ja, man lädt die Sachen ja mittlerweile einfach auf. Früher hat man die tonnenweise gekauft oder einfach bekommen. Und jetzt ist es ein bisschen anders. Aber okay. Entspannende Gegend hier. Und jetzt ist es ein bisschen zu tun. Und jetzt ist es ein bisschen zu tun. Okay. Einfach ein Kind am Arbeiten. What the fuck? Und einen Hotdog. Einen Hotdog kann ich mehr. Ich möchte mich grad noch ein bisschen hier unschauen, weil das ziemlich cool ist. Habe ich bisher noch nie gesehen, dass es hier existiert. Schauen Sie sich an? Ich kann nicht helfen, dass in Retail nur dein Hobby ist. Du willst kaufen, kaufen. Du willst sprechen, dann gehst du weg. Okay, ganz ruhig. I'd like to buy some iron. So buy some. What the fuck? Die sind alle mega unfreundlich. Zuerst mal ein paar Harstsachen verkaufen. 144 102 KTG plus 1 plus 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 3 3 2 3 4 5 6 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6 7 6 7 6 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 7 6 6 6 7 8 8 8 8 9 So, ne warte, ich wollte ja auch mal schauen was sie so haben. Kategorie 2 Sturmgewehr, Schrotflinte, Maschinenpistole, Tech-Waffen-Mod, MP-Granate. 10, 10. Ne, hat nichts Spannendes. Danke, tschüss. Wollen die mich angreifen oder so? Ne, noch nicht, sorry, ich gehe gleich. Finished. Oh shit. schon wieder falsche Taste, sorry so, lass mal schauen hab ich jetzt irgendwas verkauft, was wir hier hatten ne, ok warte kurz mal ich möchte mal was ausprobieren wieder Machete ach so, ja warte man willst ihn leveln könnte man auch äh, doch nicht hey ok warte mal kurz ok, nicht sparen leise leise, riesel der Schnee ich schleiche mich jetzt da mal durch damit wir Assassinen ein bisschen mehr aufleben können weil schleichen finde ich eigentlich nice ich würde ja gerne eigentlich auf Schrotflinte hacken und schleichen gehen die Kamera ist komischerweise nicht Buckle up, let's do it ist das sonst noch jemand niemand mehr was ist das was ist das nice kurz mal techie aufgewertet die waren doch ziemlich einfach ich denke, da oben hätte man auch rein können ok, da oben hätte man auch rein können ich finde mal strom, 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 strom ich komm gleich, ich komm gleich bera 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 ich geb das, geb das, geb das, geb das, geb das Ich bin der Gold in der Waffe. Ich bin froh, dass ich hier in der Zeit gekommen bin. Kannst du auch nicht? Haben sie zu tun? Ich bin froh. Sie können nicht entscheiden, wie die Implant sein. Die Cyberpsychos. Einige. Einige von ihnen wollen die Gehe. Ich glaube, sie hat mir gefeuert. Dankeschön, ich habe keine Chance. Was für was ich für diese Intervention von dir? Ich bin ein Bruder. Stimmt ja, er hat eigentlich gesagt, ich soll niemanden töten. Und beim Schleichen hätte ich sie einfach rückstellen können. Naja. Ich bin ein Bruder. 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 Wir haben viele Unbezügliche Menschen. Ich verstehe. Ich verstehe. Wir wissen, dass der Welt gefährlich ist. Aber wenn man keine Rezüge, dann wird man nie wissen, was der Front Door vorliegen. Ich bin sicher, Sie verstehen. Ja, so. Ich glaube, da hast du recht. Eine schöne Waffe. Kategorie 2 ikonisch. Powermaschinenpistole. Angriffstempo 15,5. Nice. Sehr schön. Ja, ich glaube, wir haben hier alles. Oder vielleicht auch nicht. Lass mal schauen. Nein. Ach, puh. Gibt's hier oben noch was? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich bloß ein anderer Weg, wie man da rein hätte kommen können. Ja. Okay, er ist zumindest jetzt auf dem Weg zurück. Für seinen Bruder. Den haben wir gerettet. Auch wenn's eben halt nicht ganz so lief, wie sie sich das vorstellten, aber... Ja, bei Maelstrom kann man das nicht anders lösen. Wieso gehst du jetzt zum Wasser? Bin ich gerade schon in der Aussicht? Okay. Na gut. Dann halt, ne. Shit, 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 shit. Naja, wir haben hier alles erledigt. Würde ich sagen, sein Bruder ist befreit. Wir können kurz noch zu ihm fahren und schauen, wer was zu sagen hat. Würde ich... Mal sagen. Hurst, Blakensow ist listening to 96.1 Ritual FM. Kurz mal schauen, ob er auch überhaupt noch dort ist. So... Of course I found him. He's safe and sound. Just needs to catch his breath. Thank you. The universe will reward you for your good deeds. I... I should not give in to base emotions, but I feel such a great relief that he is unharmed. Sicherlich. Ich wünsche dir viel Glück. Und äh... Pass gut auf. Dass dir nichts passiert. Ja, und somit würde ich sagen, war es das auch schon mit von dieser Folge von Cyberpunk 2077. Breaking News. Achso, okay, da ja, das ist von der Mutt. Missed from the narrated. A dog warehouse in Northside was searched by the NCPT earlier today after an anonymous caller had reported a suspected maelstrom cyberware trafficking operation. When police searched the warehouse, several incapacitated gang members as well as dozens of black marketing plans were found. The suspects found und seen were arrested and booked. If the investigation into the people behind this trafficking ring okay, interessant. Naja, ich würde sagen, wie erwähnt, das war es schon wieder von dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. I got you. In 2077, they voted my city the worst place to live in America. Main issues, sky-high rate of violence and more people living below the poverty line than anywhere else. I have a few Matthias Singh Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Samurai We have a city to burn We have a city to burn We have a city to burn